Hallo, ich bin Natascha Barwinski, ich bin Dozentin für Gesang und Klavier an der Musikschule bei der Musikhochschule Hannover. Ich habe an der Musikhochschule Hannover studiert und zwar mit dem Hauptfachgesang neben dem Klavier. Ich habe 2010 meine Diplomprüfung gesungen und gespielt und seitdem unterrichte ich und bin auch als Musikerin oder Freikünstlerin, als Sänkerin tätig. Nicht nur in Hannover, sondern auch deutschlandweit. Beschreibe dich in drei Worten. Kreativ wie immer, hoffentlich gesund, munter, freundlich und optimistisch. Wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Milch, ohne Zucker. Städtetrip oder Strandurlaub? Strandurlaub. Strandurlaub. Strandurlaub, dreimal. Katzen oder Hunde? Schwierig. Ich mag tatsächlich beides, aber ich würde sagen, sagen wir so mit einem schweren Herzen, Katzen. Lieblingsfach in der Schule? Ich sage nicht Musik, das wäre zu banal und das war eigentlich ein furchtbarer Unterricht, was Musik angeht. Deswegen hatten wir ja auch, aber deswegen nein, nein, nein. Englisch. Untertitelung. BR 2018 cityilyς